Kinder sind Arschlöcher. Ich muss es wissen, ich war selbst eins. Andreas Leben ist total chaotisch. Sie wollen mir eine Stelle anbieten als Junior-Designerin in Milano. Und ihr Liebesleben... Ich sage dir, bevor du so endest wie ich, nimm mit, was du kriegen kannst. Infergräub dir doch eh wieder, damit du erstmal geschlechtsreifst. Die reinste Katastrophe... Ich hab keine Kinder. Was, was in Planung? Wobei die Hölle zufriert. Ich finde, es sollten das langsam angehen. Absolut. Auch wenn du alles Geld der Welt hättest, wärst du der letzte Mann, mit dem ich ins Bett steigen würde. Soll ich die Bridget Jones zurückgeben? Aber es geht noch schlimmer. Bitte nicht bleiben. Hast du was an denen machen lassen? Natürlich nicht. Nein! Hat sie eine Geschlechtskrankheit? Viel schlimmer. Scheiße! Schwammer? Bester Vater. Toll. Nach dem Bestseller von Susanne Fröhlich. Das ist meine Freundin. Und Tom! Sind die Leute launisch? Wieso glaubt alle wett, dass ich launisch bin? Es gibt auch richtig glückliche Mütter. Verdammt nochmal, Jennifer! Komm her! Frisch gepresst. Alles für die Schönheit und kein Schwein guckt hin. Nur vorne, oder Arztloch auch? proved schlecht rugby, oder... Jeu, sehr gut. Danke! Danke!